Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus Nature Medicine vor. Es geht um die SARS-CoV-2-Infektion der Mundhöhle und der Speicheldrüsen. SARS-CoV-2 kann die Zellen der Mundschleimhaut und die Speicheldrüsen infizieren. Dies zeigen neu in Nature Medicine vorgestellte Ergebnisse britischer und amerikanischer Forscher, die die Infektion der Speicheldrüse mit oralen Symptomen von Covid-19 in Verbindung bringen. Die Befunde erklären zudem, warum das Virus im Speichel von Infizierten in größerer Menge vorhanden ist. Anfangs wurde vermutet, dass sich SARS-CoV-2 zu Beginn der Infektion nur in den Zellen des Nasenrachenraums vermehrt. Die Folge waren unangenehme Abstriche, die von geübtem Personal vom Hinterbereich der Nasenhöhle oder dem Rachen entnommen werden mussten. Inzwischen wird für viele Antigentests auch Speichel als Ausgangsmaterial akzeptiert, weil er die Viren in gleich hoher Konzentration enthalten kann. Dies führte zu dem Verdacht, dass auch die Zellen der Mundschleimhaut und insbesondere die Speicheldrüsen infiziert sein könnten. Es wurde deshalb die Möglichkeit, eine Infektion der Mundschleimhaut systematisch untersucht. Zunächst wurde in einzelnen Zellen nach der Messenger-RNA für die Proteine ACE2 und TMPRSS2 gesucht, die das Virus für das Eindringen in die Zelle benötigt. Diese Voraussetzungen waren sowohl in den Speicheldrüsen als auch in den Mucosazellen der Gingiva erfüllt. Als nächstes wurde Gewebeprobe von Menschen, die an Covid-19 gestorben waren oder Biopsien zur Verfügung gestellt hatten, untersucht. Es konnten doch die Gene von SARS-CoV-2 nachgewiesen werden. Vor allem die kleineren Drüsen im Mund scheinen von SARS-CoV-2 infiziert zu werden. In den Gewebeproben war dann eine Entzündung der Drüsen nachweisbar. In einem Labortest konnten mit dem Speichel von 8 asymptomatischen Personen in Schalen gezüchtete Affenzellen infiziert werden. Dies belegt, dass auch Menschen ohne Symptome das Virus auf andere übertragen können. Die Viren waren bei den asymptomatischen Personen zwischen einer halben und 3,5 Wochen nachweisbar. Bei einigen Infizierten blieb der Speicheltest länger positiv als der Rachenabstrich. Die Infektion im Mundbereich könnte auch einige orale Symptome von Covid-19 erklären. Dazu gehören die Geschmacksstörungen, die bisher als Folge der Riechstörungen infolge einer Infektion des Riechepithels in der Nase gedeutet wurden. Auch die Mundtrockenheit und vereinzelte Läsionen der Mucosa, die bei einigen Patienten gefunden werden, erhalten durch den Nachweis der Viren im Mundbereich eine plausible Erklärung. Es konnten auch IgG-Antikörper in den Speicheldrüsen nachgewiesen werden, was auf eine lokale Immunantwort hinweist. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im Nature Medicine.